ja hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen projekt in dc nämlich ein sogenanntes tagebuch ich nenne das jetzt mal so das projekt kenne ich so ein bisschen von anderen youtube allerdings nicht genau das gleiche vielleicht frankie wenn ihr den kennt der macht auch ähnliche videos aber einfach nicht mit dem namen tagenbuch tagebuch aber ich denke ja ich bin jetzt mal einfach ihr werdet dann schon sehen wie das etwa abläuft hier ja viel spaß ich bin also hier in der nähe von tarvisio gespawnt wenn ihr die map ein bisschen kennt tarvisio ist im nordwesten ein bisschen südlich oder südwestlich von arnoldstein und arnoldstein das ist ein flugfeld das wird auch mein späteres ziel sein weil es dort natürlich guten militärischen looter nun zuerst ging es aber nach tarvisio so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.